Die Turnhalle von Grimma-West stand in der vergangenen Woche ganz im Zeichen der Verkehrserziehung. Hier wurde mit Schülerinnen und Schülern der dritten Klassen der Grundschule Zschopach in spielerischen und sportlichen Formen Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen durchgeführt, die zur besseren Einschätzung von Geschwindigkeiten und Bremswegen dienlich sind. Jürg Dillmann von der Gemeinnützigen Gesellschaft für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit war der Matador der viel zu schnell vergehenden eineinhalb Stunden in der Halle. Dies wurde nicht nur von Lehrerin Maria Boden und Hordnerin Viktoria Gassner beobachtet, sondern auch vom Leiter des Ordnungsamtes Grimma an die Seite. Die Vertreter der Stadtverwaltung hatten die Schulung organisiert und sind auch für die Finanzierung der Veranstaltung zuständig. Zuerst wurden Mannschaften gebildet, die sich mit Klemmbrettern in den Farben der Hütchen, die in der Halle standen, versorgten. Zum Warmmachen gab es einige Übungen, um in gerader Strecke und im Slalomlauf an einem Ziel verschiedener Verkehrszeichen abzuholen und dann wieder dorthin zu bringen. Dabei ging es nicht darum, wer der Schnellste ist, sondern darum, die Aufgabe sollte besonders exakt ausgeführt werden. Nach Beendigung der sportlichen Übungen kam die Geistige dazu. Hier kamen die Klemmbretter wieder ins Spiel. Auf diesen waren Fragebögen. Nun sollten Fragen beantwortet werden, ob der Geradeweg oder der Slalomlauf der schnellere Weg war. Stück für Stück arbeitete man sich nun mit verschiedenen Übungen weiter im Thema Geschwindigkeit und Anhalteweg vor. Über eine Übung mit dem Medizinball bis hin zum Rollbrett. Hier zeigte sich, dass im Gegensatz zum Laufen die Fahrer mit dem Rollbrett beim Kommando Stopp schon einen kleineren Bremsweg hatten. Den Kindern verging die Doppelstunde in der Sporthalle viel zu schnell. Gegen 12.15 Uhr war dann alles vor der Grundschule in Schopach gerichtet. Jürg Döllmann hatte für jede Fahrtrichtung eine Messstation aufgebaut und eingemessen. Dann kamen die Kinder zur Bushaltestelle, wo für sie ein sicherer Beobachtungsplatz war. Es wurde erklärt, auf was jetzt zu achten ist. Der bekannte Blitzapparat war nicht wie bei einer scharfen Messung in Richtung des vorbeifahrenden Autos gerichtet, sondern nach hinten zu den Kindern. Wurde der Blitz ausgelöst, war klar, dass die Verkehrsteilnehmer zu zügig unterwegs waren. Das wiederum war das Signal für die Kinder, den grünen oder den roten Daumen zu zeigen. Und dann ging es los. Die Verkehrsdichte in der Mittagsstunde war überschaubar. Somit konnte man sich auf jedes anrollende Fahrzeug konzentrieren. Und obwohl die Messstelle nicht besonders getarnt war und der Kameramann von Modenthal TV gut sichtbar das Szenario beobachtete, waren einige Kraftfahrer unaufmerksam und damit zu schnell. Dies wurde dann von den Kindern mit einem kräftigen Buh und dem roten Daumen kommentiert. Für all die Aufmerksamen, die eindeutig in der Überzahl waren, gab es den lobenden Kommentar und den grünen Daumen. Zum Abschluss der Veranstaltung erhielt die Klasse und jedes einzelne Kind eine Urkunde, dass sie an dieser Art der Verkehrserziehung teilgenommen haben. Die Klasse der Veranstaltung erhielt die Klasse und die komplik